Wo bist'n du? Hier. Halt ne Weile durch, bin gleich da. Komm schon, steig aus, steig aus, steig aus! Alter, ich hab mich grad noch wiederbelebt. Sorry, ich hab grad den gedrückt. Hier, auf Wiederbeleben. Ja, ist doch eigentlich ziemlich einfach die zu killen. Am meisten, wenn sie neben dir sind. Halt ne Weile weg. Den hat's geil erwischt. Ich baller ihn ab, du ballerst ihn ab. Weg. Bauen weg. Oh, mein Auto fliegt gleich in die Luft. Nicht so geil. Na, halt sich grad wieder hoch. Wie viel brauchen wir noch? Oh, wir sind fertig, ne? Ich kann dem Auto kein Damage machen. Sag ein. Schade. Zum Glück. Er hat's auf seinem Kaktus hängen geblieben. Voll irrealistisch, oder? Einem Pfost, einem Stuhl. Das waren ein paar Reifen auch noch. Ich bin geslackt. Ich bin geslackt. Ich bin geslackt. Also, erne Izra droo lala. Julián ist schon wieder da. Halt du kitzelten Scheiß. Und Leute, eine freudige Ankündigung können wir machen. Wir bestellen heute neue Mikrofonse. Julian. Ja? Blöd ist falsch rum. Erstens das Und Diese Folge Wird irgendwann Mitte Juni Ende Juni raus Anfang Juni ungefähr, schätze ich mal Bis dann haben wir die schon Circa einen Monat lang In Benutzung, ja Egal Wir haben nicht vorgespielt, weil das Spiel einfach awesome ist Ne, ne Weißt du, wir Sind Leute, die sich zurückhalten können Die warten und genießen auch Wie Blacky Ja, der wartet echt lange Der wartet echt lange Borderlands hochladen, äh, ne Dark Souls anfangen zu spielen Ja, ich würde auf keinen Fall auf ihn warten Mach ich das auch demnächst nicht mehr, weil ich würde jetzt echt mal anfangen Durchzuziehen hier Kack Zwerge, ey Wir anfangen an durchzuziehen Aua Ich höre hier Unfreund, äh, Julian Ja Lass mich raten, wir müssen oben drauf Wir müssen eh so rumrennen Müssen wir echt da lang? Ja, müssen wir Ah, okay Da ist ein Rundgang Wir waren hinten eh noch nicht Ah, ein Rundgang Aua Oh, Baba Äh, fuck Bin gleich da Ja Oh, du hast Freunde gefunden Willst du mir deine Freunde nicht mal vorstellen? Nein Du hast sie gerade angekillt Du rapsst uns sonst wieder Entschuldigung, aber ich Ich weiß nicht Ich fand deine Freunde jetzt nicht so Aushaltend Ausdauernd Nicht so deins, ne? Nicht so ausdauernd wie andere Tut mir leid, ne? Mussten leider alle verrecken Ich hab ein neues Gebiet gefunden Geh du dich hier mit deinen Freunden ab, ich lauf aber mal weiter Ich geh zu meinen Freunden Wir sind gerade in einem Asian Snack Store, ne? In was? In einem asiatischen Snack Store Achso, ja Ey, war der letzten Kumpel fürgebracht Wäsche, hier hängt Wäsche Eine Gruppe Asiaten aus dem Bus aussteigen Das ist eines, was auf allen fällt Asian Invasion Äh, hier kamen wir ruhig schon mal her, ne? Wir können zurücklaufen Äh, sind wir falsch? Ja Das ist oben lang, ne? Ja Ne Ahnung, wie wir nach oben kommen? Ja Follow me If you can Yes, man, wir sind voll hip Wir machen Englisch, LP und so, ne? Fuck me if you can No one can Ne, no one want Ich hab gleich zu sterben Your wand It's long Your wand isn't long, ah, no, no Jetzt sind wir ernsthaft falsch gelaufen wegen dir Bist du ein Mongo Deine Mutter ist falsch gelaufen, meine Mutter ist falsch gewickelt Was laberst du? Oh, ich hab Wichs auf dem Bildschirm Ja, Iridium Eridium Wichs auf dem Bildschirm ist voll geil Ich hab den Spyko gefunden Ich muss sagen, er ist selbst für ein wahnsinniges Gehen, manipuliertes Monster ausnehmend hässlich Was da, was da, fuck Fuck, fuck, fuck Ich könnte ein Lied draus machen Freu dich, da hält was aus Ich bin schon da, gleich, jetzt Wo? Ja, bei mir What the fuck ist das denn? Du hörst nicht zu, ne? Achso, er ist ein hübsches, hässliches, festes Monster Ja, und tot ist da auch Eintreten, mein pilates Monster Kabel Schalt schnell frei Will Zugreifen Kann Nicht Zugreifen Mach selber frei Ich find's nicht Bist du incompetent Sagt Nico Ich hab mir Sachen zu finden Scheiße daneben Ach, das Ron hittet die alle Oh, ich hab's gefunden Hast du gefunden? Na, Iridium Einfach dann der Leitung folgen, ne? Hilft Ja, das will ich ja machen Da geht die lang Da hinten runter Hat er dir auch Oh Gott, was irgendwie gesagt hat Oh, okay, zwar Niemand hat den Firehawk gesehen Aber wir spüren seine Gegenwart überall Ja Hab ihn gefunden Den Schalter Ich hab ihn schon aktiviert Boah Nerv nicht kack Psycho, ey Ich hab den Schalter schon lange aktiviert So brutal, so wundervoll ausscheiden Nur ein Gott konnte so ein Meisterwerk vollbringen Deine Mutter Alles scheiße Ja, echt, jetzt mal Okay, kann gehen Nothing to do here Oh, da hab ich ein geiles Bild Ich weiß nicht mehr, was hast du nicht gesehen, ne? Die hier Seite hast du nicht geliked auf Facebook Ähm, ist ein Bild von Attack on Titan Wie ihr die Tanse über die Mauer rüberschaut Dann siehst du im nächsten Bild so hinten dran So die Naruto-Crew stehen One Piece, Dragon Ball Z und Sword Art Online und so weiter Siehst du im Gesicht vom Titan So Poker Face Dann ist das nächste Mal so Nothing to do here Ich one-hit die hier alle Wundert mich irgendwie voll nicht Komm Kuppel, Liene Das hier ist ein Gebiet für Level 10? Level Nooblike Ne, das ist Level 10 nicht Dann fickt es dich hier weg Level, ich rübs dir die Fresse weg Ich glaube die Level Musst du nicht mitleveln, theoretisch Der war eklig, der war richtig eklig Der war schön lang Ja, ist auch schön langes Ja, das darf jetzt, alter Ich muss die wertvollen Waffen, die ich hier gedroppt habe, verkaufen Hier gibt's Medikits und Schilde Lass mich wissen, wenn dir etwas ins Auge fällt Hä? Keine Raketenwerfer, Muni Was ist das für ein Ammo-Dump? Hm Wack hier Ich fühl mich hier nicht voll Ich glaube, es gibt keine Raketenwerfer, Muni So, ab nach Sankt Huari Sankt Huari Ich geh mit Iridium was kaufen Ne, ich spar auf das letzte Rucksack-Upgrade Mit 150 Iridium Ich geh was mit Iridium kaufen Danke, aber einkaufen geh ich selber Ja Ne, ich geh mal ein bisschen Ding ausgeben Ja komm, ich spar auch mal aufs letzte Und dann, äh, ja Komm, Moxi Friss mein Geld V-Taste, Herrmann Ja Okay, fertig? Ne, ich bin erst bei Wir haben 190.000 180 170 160 Wurr Irgendwas noch was abgeben in Highlands Äh, Nico Ich glaub, wir könnten gleich die Star-Request zu Ende führen, ne? Ich hab keine Waffe von dem Ongo-Tuster gekriegt Ja, die gibt ja nicht über Waffen Aber sag mir hier, das ist meine Lieblingswaffe In der FSK-18-Version gibt's hier eine richtig geile Ne, ne, ich will hier noch nicht weg Ich muss hier noch ein paar Sachen erledigen Egal, es ist mich verarschen Nein Ich will dich nicht verarschen Ich würde dich nie verarschen Komm ran jetzt Ich wollte noch kurz schnell zu Markus rüberrennen Du auch? Ja, und ich wollte noch was ganz wichtiges machen Was wirklich mega wichtiges Wenn ihr das hört und nicht zu durchgeknallt seid, um zu verstehen, was ich sage Raketen einfach mit 15.000 Mitnehmen oder nicht? Es ist mir egal, was Jack euch erzählt Oder wie gut geschützt ihr euch fühlt Die Icarian-Armee kommt, um euch auszulöschen Lens-Männer? Achtung! Ich habe nur eine Frage, die ich euch allen stellen möchte Eine Frage Vor einigen Jahren waren wir Feinde Aber die Zeiten sind vorbei So froh ich auch bin, euch alle im Sanctuary zu sehen Ich weiß, dass ihr nur hier seid, weil ihr keine andere Wahl hattet Ich weiß, wie furchtbar es da draußen ist Ich weiß, dass Jacks Armee wie ein Sandsturm über diesen Planeten hinweggewegt ist Und alles zerfetzt hat, was ihr im Weg stand Als ich mich vor Jahren den Crimson Dance anschloss Sagten sie mir, ich würde diejenigen beschützen, die sich nicht selbst beschützen können Der soll seine Fresse halten, lass weitergehen Ich will dem nicht mehr zuhören Aber dieser Kampf gegen Iperia? Scheint mir so ein Moralapostel zu sein Ja, wie die meisten Moralapostel Ja, schnell abgeben noch hier Mach doch mal Next Level Oh, die ist interessant Nein, sie nicht Die Sniper ist scheiße Gleich verkaufen Ich habe keiner gekriegt Man kriegt immer nur einer von uns beiden, ne? Nope Achso, im Geschäft Nein Top drücken mal Ja, da ist bei mir nix Äh, Digga, sieht aus, als wären wir fertig mit den Quests, ne? Bei Tab drücken ist bei mir nix Ja, wir hätten noch unentdeckte in Blockiert Die wir nicht angenommen haben Kannst du über die Fing des Gemetzels überleben? Das klingt geil Fing's Latterhouse, wo ist denn das? Wo das denn? Da haben wir es denn abgeschlossen, ne? Lass mal bei, äh, zu blockiert gehen Ja, was besseres, wir gehen jetzt erst zum, zum Slopper raus Achso, verdammt, ach ich bin blöd Ja, genau, lass zu blockiert gehen, ne? Ist voll der geile Ort Mhm, wir können wir nicht mehr abschließen Die haben wir verkackt Ja, ja, dann lass zu der Fridge gehen, da ist bestimmt noch eine Warte, 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 ich habe was besseres Willst du es mit den Runden da machen? Nicht das, das, schau, schau dir mal an, ähm Ein Orcasmer? Nein, nein, das nicht entdeckt bei Fing's Latterhouse Ist doch gerade hier unten Da ist nicht entdeckt Ja, es steht bei nicht entdeckt drunter noch Ist nicht auch so ein rundenbasiertes Gekloppe Also hier ist nichts, wir sind in der Highlands